Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem TechPool YouTube Kanal. Heute mal wieder aus der Perspektive von oben. Das bedeutet, es wird ein Unboxing und ja, ich komme gerade aus dem Apple Store und habe mir mein neues iPhone abgeholt. Das ist ja mittlerweile schon, weiß ich nicht, eine Tradition, würde ich bald sagen. Lustig, dass das allererste richtige Video, was jetzt kein No-Podcast war, das iPhone 12 Pro Unboxing damals war. Zumindest glaube ich, dass das so war. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und deswegen ist das natürlich auch hier dieses Jahr wieder Thema, denn ich habe da diesen Spleen mir jedes Jahr das neueste iPhone zu holen. Und dieses Jahr ist es in vielen Teilen neu und gut, in vielen Teilen aber natürlich auch nicht so überraschend. Und vor allem, wenn man dann immer schon von der Vorjahresversion kommt, ich meine, das ist ja auch normal, dann sind die Sprünge halt nicht so groß. Deswegen gibt es da Leute, die nach drei, vier Jahren wechseln. Da sind natürlich die Veränderungen immens und da bin ich auch ein bisschen neidisch manchmal auf diese Leute, dass die so diese Wow-Sachen dann wirklich erst bekommen. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir wollen uns nicht beschweren. Das hier ist das neue iPhone 15 Pro in Titan Natur. Ich habe ja gerade gesagt, ich war im Apple Store und da habe ich es schon gesehen und das sieht richtig, richtig gut aus. Also ich bin ja sonst eigentlich immer Space Black, Space Grey für alles. Aber das ist das erste Jahr, ich glaube wirklich sehr immer, dass ich auf eine Sonderfarbe gehe. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen die gesonderte Farbe in dem Fall. Und das bereue ich jetzt schon nicht, weil es sieht richtig, richtig gut aus. Und am Ende ist es eh eine Hülle drum, vielleicht sieht man es dann nicht mal so sehr. Ja, apropos Hülle, das ist auch das erste Mal, dass ich keine Apple-Hülle zum Start des iPhones habe. Sonst habe ich immer eine Silikonhülle oder irgendwie eine andere Lederhülle oder irgendwas. Silikon ist leider bei mir auch raus seit ein paar Jahren. Ihr kennt das sicherlich auch ein bisschen. Ihr seht es hier vielleicht auch, wie abgenutzt das ist. Und die nutze ich schon seit zwei, drei Monaten nicht mehr. Also ich habe da Modelle von Vorjahren, die waren zerfleddert ohne Ende hier unten. Dann bricht irgendwann dieser Punkt vom Lightning-Port dann weg. Dann ist das immer so offen. Und das war enttäuschend. Und ich wäre vielleicht auf eine Lederhülle gegangen, aber die gibt es ja dieses Jahr nicht mehr. Und diese Fein-Woven-Cases, die habe ich mir angeschaut. Die sehen okay aus. Ich mag dieses Doppel nicht so, dass das rechts so silikonähnig ist und dann quasi hinten Fein-Woven. Daher habe ich mich entschieden, nichts zu nehmen. Achso, natürlich auch, weil die Dinge halt schnell zerkratzen. Also was man so bisher gesehen hat. Und da hingen auch Wallets aus Fein-Woven. Und da waren schon so Kratzer drauf, so wie wenn Leute mit einem Nagel da so rüber gehen. Absolut nicht schön. Und da würde ich mich bei einer Hülle schon ärgern. Aber back to topic. Wir wollen heute mal das iPhone auspacken. Richten es kurz ein. Keine Ahnung, das wird nicht lange dauern. Ich werde das nebenbei machen. Und natürlich mit Hilfe der Cut-Magie das dann einfach schnell zusammenfügen. Und dann gucken wir uns mal ein paar Unterschiede zum 14 Pro quasi noch an. Ihr seht, das ist auch eine andere Hülle hier. Das ist eine ESR-Hülle. Ja, 256 Gigabyte, normale Größe. Ich max es mir zu groß. Ich hatte es jetzt gerade nochmal in der Hand und es ist schon groß. Es geht vielleicht, aber mit einer Hülle ist es dann noch größer. Und dazu kommt, dass es nur für den fünffachen Zoom, naja, das wäre es mir nicht wert. Und das ist auch okay. Generell war die Experience im Apple Store relativ komisch. Also es war wieder mit Anstehen. Also es waren sehr, sehr viele Leute da. Ich war letztes Jahr genau zur selben Zeit, da habe ich das iPhone 14 Pro geholt. Da war niemand da. Also es war wirklich, also es war richtig mit Schlange stehen und ich hatte Glück. Also es war anders auf jeden Fall dieses Jahr. Wenn euch das interessiert und da ihr mehr Details gerne hören möchtet, dann abonniert doch mal den Techpool Podcast. Findet ihr unten in der Videobeschreibung die Links dazu. Da werde ich in der Folge, die nächste Woche kommt, ein bisschen mehr drüber erzählen. Dann könnt ihr mal so hören, was da so im Detail abgelaufen ist. Aber jetzt 256 GB. Normalerweise habe ich 128. Warum? 128 war weg. Ich habe online vom Apple Store gekämmt und da war nichts zu holen. Und dann war es irgendwann weg. Und dann war die einzige Möglichkeit, es am Releasetag zu bekommen, mal eine Speichergröße mehr zu nehmen. Und was soll ich sagen? Ich habe das gemacht. Gut, aber ich hatte früher auch immer 256 GB. Fahrzeugearbeit, jetzt hatte ich mal ein, zwei Jahre 128. Das ging auch. Jetzt habe ich halt wieder den doppelten Speicher. Es ist, wie es ist. Wir schauen rein. Die Verpackung ist eigentlich... Ah, guckt euch das mal an. Das ist wirklich sexy. Wirklich, wirklich sexy. Gucken wir gleich. Wir schauen uns einmal kurz den Rest an. Den kennt man ja schon. Papierkram. Und ja, eins der wahrscheinlich Highlights dieses Jahr. Ich zerruppe das mal hier gleich. Normalerweise bleiben Lightning-Kabel immer drin bei mir. Für die Weitergabe des vorherigen Modells. Aber das ist ja kein Lightning-Kabel. Das ist ein USB-C-Kabel, wie ihr sicherlich alle wisst. Hier ist USB-C. Und da ist USB-C. Crazy. Und es ist geflochten. Und das ist, glaube ich, das Meter-Kabel oder was, was das sein sollte. Ist das überhaupt ein Meter? Ja, vielleicht. Und was man nicht vergessen darf. Es ist nur ein USB 2.0-Kabel. Also auch bei den Pros. Zumindest ist das das, was ich gehört habe. Also, das heißt, wenn man 3.0 will, muss man eh nochmal ein neues bei Apple kaufen. Aber schön, dass wir jetzt USB-C haben. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und hier ist das Natur... Also Leute, ganz ehrlich, dieser Gewichtsunterschied, diese 20 Gramm, die da sind, ich finde, man merkt das. Ich meine, klar, hier habe ich jetzt noch eine Hülle drum. Ich mache mal die Hülle eben kurz ab. Aber ich finde, man merkt das. Es hat so einen anderen Schwerpunkt irgendwie. Und das hier wirkt so sehr leicht und fast schon besorgniserregend leicht, wie ihr vielleicht wisst, wenn man so Technik kauft, wo nichts drin ist. Oder man weiß, da ist so ein kleiner Controller drin. Ja, aber auch die abgerundeten Ecken, Kanten, das fühlt sich so gut an. Zwar ein bisschen nicht so griffig, aber das hier ist schon scharfkantig. Also da ist schon, also vor allem, wenn man von unten so swiped, ist da schon immer ganz schön, ja, ist schon immer ganz schön eckig alles. Und wir können ja mal ganz kurz gucken. Kann man vielleicht auch hier den Unterschied irgendwie sehen? Sieht man das ein bisschen? Vielleicht ein bisschen, dass es so ein bisschen abgerundeter ist. Und ansonsten ist es natürlich relativ ähnlich. Der Kamerahubbel ist nicht größer geworden dieses Jahr. Es ist auch in Ordnung, so wie es ist. Wir haben hier natürlich den Action-Button. Gucken wir uns das gleich auch noch an. Und dann, der Rand fühlt sich unfassbar gut an. Ich gucke mal hier, es war ja was mit Fingerabdrücken. Ja, man sieht natürlich so die Patscher, aber ganz ehrlich, die sehe ich hier noch mehr, vor allem auf schwarz. Also da bin ich okay mit. Jetzt habe ich schon noch was gelesen, dass Apple sagt, dass sich das tatsächlich färben kann durch Fingerabdrücke, aber dass man, wenn man das abwischt, das wieder normal aussieht. Also fackeln wir nicht lange rum. Ich würde sagen, heroischer Moment, wir wollen das Ding hier abziehen. So. Da ist es. iPhone 15 Pro. Ich, also ich bin optisch stark und es ärgert mich tatsächlich, dass ich eine Hülle benutzen werde, weil ich einfach durch diesen jährlichen Wechsel dann doch immer schaue, dass die Geräte noch gut sind für den Wiederverkauf oder die Weitergabe in der Familie und so. Und mit so einem kleinen Kind und so, das ist alles sehr gefährlich. Aber das ist wirklich ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, weil es unfassbar gut aussieht. Es erinnert mich so ein bisschen an so dieses, ein bisschen so Silber, aber ist das halt Naturi Titan. Das ist nicht so ein bisschen wie das Tesla Silber von den neuen Model Y. Also das sieht, finde ich, auch richtig schick. Hat irgendwie so ein bisschen was davon und das sieht einfach alles in allem. Also da muss man eigentlich ein Clear Case nehmen dieses Jahr, weil das ist natürlich dann, also das muss ja sein, dann sieht man wenigstens ein bisschen was von der schönen Farbe. Wenn man das jetzt wieder in einem Silikon- oder Leder Case versteckt, das wäre tatsächlich ein bisschen schade drum. Kann man hier irgendwie erkennen, dass die Ränder dünner sind? Ich meine, die sind ja technisch, glaube ich, gar nicht dünner, weil die Außenränder kleiner, schmaler geworden sind durch das neue Material. Ich glaube, dieser schwarze Rand ist nicht verändert. Aber ich würde sagen, ich setze das mal kurz auf und dann schauen wir uns mal nochmal ein, zwei Kleinigkeiten an. Und ich hoffe natürlich, dass ich keinen Bug habe, denn es gibt einen Day-One-Bug beim iPhone, dass die Einrichtung fehlschlägt, wenn man es überträgt von einem anderen Telefon, was ich auch mal machen werde. Ich hoffe, es passiert nicht, weil dann muss ich es in DFU-Modus setzen und dann wieder zurücksetzen und dann alles nochmal machen. Also drückt mir die Daumen und jetzt kann man jetzt die Anredeform auswählen, das ist aber auch neu. Aber okay, ich mache es jetzt einfach mal kurz. Das Zwischen-Update, das scheint auch ein neuer Screen bei der Einrichtung zu sein. Habe ich auch noch nie gesehen, wenn man das überträgt. Oder vielleicht habe ich es einfach schon lange nicht mehr so gemacht, aber es sieht ganz nett aus. So, das hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert, allerdings hat diese Apple-Anzeige auch wieder nicht gestimmt. Aber es hat sich nicht aufgegangen, alles gut. Ich hatte zwischendrin schon mal was aufgenommen, da war es dann so, dass ich dachte, es wäre fertig, aber da hat das nur das Update gemacht und dann muss ich die Übertragung nochmal starten. Also das war, ja okay, ich wollte euch nur kurz zeigen, also hier kriegt man tatsächlich nochmal eine kleine Einführung in die Aktionstaste, die wir uns aber gleich nochmal anschauen werden und dann kann es auch schon losgehen. Deswegen ist natürlich wieder alles drauf, was hier so drauf ist. Jetzt ist jetzt hier gerade mein Fokus für Videomachen, diese Pages-Geschichten und so weiter, die werde ich sicherlich auch löschen. Also ich will mir nur ein, zwei Sachen jetzt nochmal anschauen und zwar wäre das Erste tatsächlich die Einstellungen. Da gehe ich mal kurz alleine rein, einfach nur, dass es schneller geht. Und da gibt es ja jetzt, hoffentlich könnt ihr das erkennen, es gibt ja jetzt eine neue Batteriezustandsanzeige, die nur auf den 15er Modellen ist. Ich weiß nicht, warum die nicht auf die alten Modelle kommen, aber es ist auf jeden Fall in der Batteriezustand- und Ladevorgang, Einstellung, also hier Batterieladung und dann Batteriezustand und dann gibt es jetzt hier diese Ladeoptimierung und da seht ihr schon, hat man jetzt optimiert das Laden der Batterie, das ist ja was man vorher auch hatte und hier kann man jetzt tatsächlich einstellen, dass es nur bis 80% geladen wird. Und 80% ist ja diese magische Grenze, die so ein Akku halt schonen soll. Warum das nur bei den Geräten geht und warum sie das jetzt machen, nachdem die Stimmen ja relativ laut waren, dass die 14 Pro-Modelle so ein bisschen Probleme hatten mit dem Laden oder zumindest mit den Akkus, ich war da auch von betroffen, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem da und das ist gut, ich finde es gut. Von daher ist das mal eine gute Änderung. Dann wollte ich mir noch anschauen, die Action-Taste, genau. So, da wird jetzt, also wir können nochmal hier schauen, da ist die Action-Taste, ja, keine Fippe mehr, länger raufdrücken, also ein normaler Druck reicht nicht, dann gibt er nur den Status wieder, also er sagt mir jetzt, wenn ich raufdrücke, sagt er, ist das Ton aus und er sagt für den Klingel-Modus, das ist auch eine unfassbare Übersetzung, für den Klingel-Modus soll ich es halten, das mache ich. Ja, dann kriegt man so ein Ding, so ein haptisches Feedback und dann ist es an oder aus. Und, was sie gut gemacht haben, das haptische Feedback kann man gut unterscheiden. Das hier, das Anschalten des Tons ist eintippen und wenn er den Ton ausmacht, ist es dreimal tippen. So, ja, sogar viermal, glaube ich. Und das merkst du natürlich auch in der Tasche. Es war ja vorher mal dieses, ich kann in der Tasche gut sehen oder merken, wie mein iPhone eingestellt ist. Das ist jetzt hier dann ein bisschen anders, aber man spürt es. Also, wenn man das weiß, wenn es viermal ist, dass es dann leise ist, finde ich okay, finde ich in Ordnung. Also, man kann den aber natürlich auch in den Einstellungen, da hat jetzt hier eine eigene Einstellung, Aktionstaste, da kann man den einstellen. Da hat Apple auch so ein fancy Interface gebaut, was ich auch sehr un-Apple-like finde. Also, man kann Fokus einstellen, man kann die Kamera starten, kann die Taschenlampe starten, eine Voice-Memo machen, die Lupe starten und ein Kurzbefehl hinterlegen und Bedienungshilfe starten oder halt gar nichts machen. Ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden, was ich machen werde. Das Stumm-Thema werde ich nicht machen, weil das ist eh immer stumm. Und man hat dann hier ja auch im Kontrollzentrum jetzt die Möglichkeit, das stumm zu machen. Also, vielleicht werde ich erstmal die Kamera rauflegen, aber es ist halt auch so ein bisschen... Gut, ich sage mal so, man kann halt hier auswählen, was er machen soll. Wenn ich sagen will, er soll in den Videomodus gehen, dann könnte ich ja sagen, er soll immer gleich in den Videomodus gehen und wenn ich über den Sperrbildschirm gehe, dann bleibt er wahrscheinlich ja gleich immer irgendwie im... Fotomodus, also könnte man damit ein bisschen hin- und herswitchen, wenn man schneller in den Videomodus will. Genau, neue Portraitfotos gibt es ja auch jetzt. Und ja, aber das ist auf jeden Fall das schon mal gewesen. Aktionstaste, wie gesagt, das habe ich mal auf Kamera gestellt. Ich mache es mal nochmal. Boom. Ja, und geht direkt in ein Video rein. Ist schon cool und kommt auch irgendwie... Oh, ist ja der Dynamic Island raus. Ähm, ich muss mal schauen, was man da mit Kurzbefehlen noch machen kann und so. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Aber ich finde sie eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie sie sich in der Hülle drückt. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich hätte es ja schon angesprochen. USB-C. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und ich habe hier ein USB-C-Kabel. Schauen wir doch einfach mal. Ist das nicht das Apple-Kabel? Das ist einfach irgendeines. Das ist mein MacDolo-Kabel, was den Ladespeed anzeigt. Das iPhone ist bei 75%. Also wird jetzt nicht so viel passieren. Und wow, ich stecke wirklich... Okay, und er sagt mir auch hier, dass es das Lade-Limit jetzt einstellen kann. Und er lädt tatsächlich mit einem USB-C-Kabel auf. Das ist sehr, sehr weird, um ehrlich zu sein. Es ist schon ein bisschen komisch. Also habe ich jetzt so schon... Also es ist einfach da jetzt. Es ist auch gut. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr ungewohnt. Und wir laden jetzt gerade mit 17, 15 Watt. Also wir haben ja keinen Fast Charge oder keinen Faster Charge als vorher. Deswegen, bei 75% geht da jetzt eh nicht mehr so viel. Aber ich denke mal, die alten Standardwerte kriegt man wieder hin. Man könnte jetzt auch seine USB-C-Airpods damit laden. Ich könnte jetzt auch das alte iPhone noch damit aufladen. Andere USB-C-Geräte, das gibt es alles. Aber cool. Cool, dass es funktioniert. Da freue ich mich drüber. Jetzt muss es natürlich nur noch langsam bei allen ankommen. Und dann ist irgendwann alles USB-C. Jetzt haben wir gerade noch diese Übergangsphase, wo noch sehr viel Lightning sein wird. Das wird sich zeigen. Ich bin unfassbarer Fan dieser Farbe. Also das sieht so gut aus. Das ist wirklich richtig, richtig schick. Also so habe ich es mir auch gewünscht. Und ich bin auch froh, dass ich nicht enttäuscht bin. Das soll zum ersten Eindruck und zum Unboxing gewesen sein. Ich könnte noch ein Review machen. Vielleicht teste ich es mal ein paar Wochen jetzt erstmal durch. Und was mir so auffällt, wir fahren auch noch mal ein paar Tage weg. Vielleicht kann ich das dann im Urlaub noch mal so ein bisschen auch mehr mit draußen testen. Und vielleicht drehe ich dann noch mal ein richtiges Video dazu. So ein kleines Review, kleines Fazit, wie auch immer. Was aber jetzt in den nächsten Tagen kommen wird, ist ein Zubehör-Video. Ich habe nämlich von der Firma ESR, die ja oftmals hier schon den Channel so ein bisschen unterstützt haben mit Produkten, ein relativ großes Paket mit Zubehör für das neue iPhone bekommen. Und das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und deswegen abonniert den Kanal, lasst dem Video ein Like drauf, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches iPhone ihr gekauft habt, ob ihr ein neues gekauft habt oder ob ihr sagt, ey, ich kann noch ein Jahr warten, ich brauche es noch nicht. Ist ja auch alles nachvollziehbar, definitiv. Aber mich würde es trotzdem interessieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns aller spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.